Hier ist der schnelle Raumkreuzer Orion 7. Hier Raumschiff Hydra, General von Dahl. McLean, sind Sie das? General! Code A4, falls wir abgehört werden. A4. Welchen Auftrag haben Sie, Major? Wir suchen die Leitstelle, von der aus die Frogs den Schnellläufer dirigieren. Wir sollen sie vernichten. Die vom Führungsstab glauben, dass damit auch die Steuerung der Supernova ausfällt und dass sie an der Erde vorbeistürzt. Sie glauben nicht daran, McLean? Ich hoffe, die haben recht. Ich zweifle nur, ob es so einfach ist. General! Ich hole sie! Nein! Selbstverständlich hole ich sie! Ich verbiete Ihnen, sich um die Hydra zu kümmern! Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. McLean! General! Wenn die Annahme des Führungsstabes zutrifft, ist das die einzige Chance für uns alle zu überleben! Oder geht das nicht in Ihren Schödel? Doch, General! Nein! Das ist eine Chance für meine Schödel! Das ist eine Chance für mich mit diesem Spiel in G появ. Weil du wirst sein, wo du Tony von ourselfstabes Crehouse Vielen Dank.